Die Digitalisierung der neuen Sirenenanlagen ist abgeschlossen in der Stadt Nienburg. Heute ist der erste Testlauf mit dem Signalfeueralarm. Dabei werden alle acht Sirenenanlagen um 12 Uhr anschlagen ausgelöst wird, das durch die Leitstelle dieser Test findet vierteljährlich statt. Es besteht keine Gefahr. Ende der Testdurchsage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen. Amen.